Meine verehrten Damen und Herren, wie Sie wohl bereits gemerkt haben, sind wir so eben nach rechts in den Gairanga Fjord eingebogen. Dieser Fjord ist an seiner tiefsten Stelle mehr als 200 Meter tief. Dem Fjord entlang werden Sie zahlreiche majestätische Wasserfälle und eine Reihe von nicht mehr bewohnten Bergbauernhöfen sehen. Fast mit jedem Bauernhof verknüpft sich eine dramatische Geschichte. Meine Damen und Herren, wie Sie sicherlich haben, haben Sie gesehen, wir haben nach rechts und wir sind in den Fjord der Gairanga Fjord. Dieser Fjord hat eine tiefen Höhe von mehr als 200 Meter in der tiefen Höhe von der Fjord. Über den Fjord werden Sie viele majestätische Fjord sehen, wie ein guter Numerator von montagnes deshabitadas. Detrás von fast einer von ihnen gibt es eine dramatische Geschichte von der Fjord über die Überflügelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017